Andi Jeneke, der Torhüter der Thomas Habe Eistigers, hat hier in der Arena schon im Sommer ordentlich Übungseinheiten absolviert. Jetzt darf er mit seinen Teamkollegen wieder aufs Eis. Die Eistigers wie immer präsentiert von unserem Partner Edel & Weiß. Andi Jeneke, die Boys are back in town. Wie schön ist es, mal wieder eine volle Kabine zu sehen? Ja, macht Spaß. Der Sommer war lang und wir haben uns jetzt alle gefreut, wieder da zu sein. Und die Jungs sind alle gut drauf, sind alle nett. Wir haben uns kurz kennengelernt und sind dann, glaube ich, froh, dass es gleich auf dem Eis losgeht. Wenn man sich so umschaut, sind sie alle fit? Ja, ich denke schon. Ich glaube, wir haben einen sehr tiefen Kader und ich glaube, da haben sich alle im Sommer sehr viel Mühe gegeben, um den bestmöglichen ersten Eindruck zu machen. Das erste Eistraining hier in eurer eigenen Halle hat Spaß gemacht? Ja, auf jeden Fall. Es ist immer schön, hier zu trainieren. Wir waren in Füssen schon auf dem Eis, aber das ist nochmal was Besonderes, hier dann zu trainieren. Das macht Spaß. Und ja, war gut anzusehen. Neues Torhüter-Duo, Nick Treutle, wie verstehst du dich mit ihm? Ja gut, er ist ein netter Junge und es freut mich auf jeden Fall, dass er jetzt da ist.